Moin, Bucati32 hier. Was geht ab? Wir spielen heute mal wieder eine Runde Roblox. Oh, ein Tornado. Mein Sohn ist auch mit von der Partie. Jeremy Jerome. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, was ist das denn jetzt hier? Sind wir jetzt am Himmel gelandet? Können wir hier irgendwann runterfallen? Gut, weil ich kenne das ja nicht. Oh. Oh. Oh! was das denn jetzt hier die wände kommen immer dichter das war es oder geschafft das kopf also die haare oder so wie ist er denn gestorben es kommen wieder die mannequins manchen leuten gibt es hier haben es kommt jetzt nichts da kommt das ist für einer ein fußball ab und so mit dem ball ins tor rein man was macht ihr denn da jungs er hat mich jetzt mitgenommen hier danke sehr da bin ich gestorben und vorbei wir drücken wir werden riesig werden riesig größer als alle anderen jetzt nicht mehr ultra groß oder ultra du bist klein aber wir sind noch groß jetzt aber die ganzen katzen und hunde kaum achtung du ist gerade den hund zu name wasser kommt wasser kommt abschneid nach oben jeremy wieso nein ich bin wieder unten ich habe es nicht mehr da ist er schon monomila ach na diesmal bin ich vorsichtig na jeremy du bist wieder oben drin ich bin in der mitte nein ich habe es auch nicht geschafft ich habe nicht nach rechts geguckt das ist so irre money 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 für leute von daten immer runter hier haa parkour wieder so ein parkour hier ja ja der wird seit fliegenden sonderteppich da wiii we we wau 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 wauw haa haa hopi boost Knöpfchen drücken. Wo ist das denn jetzt hier? Get to the other side. Auch die Brücke fällt langsam auseinander. Ist ja nix tolle. Tschüss. Oh. Da hat irgendjemand schon den Knopf gedrückt. Verdammt nochmal. Oh man. So schnell kann man sich doch gar nicht vorbereiten. Ja das kannst du gut ne? Jetzt ist hier oben jemand mit dem Schwert drin. Was kommt jetzt? Eine Kanonkugel ist da. Uh. Und weg. Was kommt denn jetzt? Ah ah. Das kannst du gut? Ah. Da kann man grüßen. Ich bin schon wieder hier irgendjemanden großkopf. Use your gum to jump up the... Aha. Wieso springst du nicht hoch? Weil du das nicht willst. Nein. Es wäre so Lava oder so von unten gut. Don't touch the lava. Super. Ja schön. Ich bin ja gleich hier in dieser Box gelandet. Was soll das denn? Ja. Parcours. Ins Wasser darf man nicht ne? Ja oder nein? Also ins Wasser darf man nicht. Ich will nicht mit man. Wieso kann er mich einfach so aufsammeln? Blu. Blau, blau, blau. Ja. Simon says pink. Simon says green. Green. Mit seinem fliegenden Teppich. Red. Nee, pink. Green. Simon says red. Fertig. G'sha haft. Wieso? Bw. 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 so einer mit dem fliegenden teppich hier ist der soll dann eigentlich mal weg gehen also das ist ja im schieten schosen kohlen red was hast du das jeremy naja das war's mal wieder von bucati 32 mein sohn war mit von der partie wir wollen mal sehen was dieser tag noch bringt bye